So, willkommen zum nächsten Lernvideo. Thema heute Judenpolitik und Holocaust in den Jahren 1933 bis 1945. Kurz vorweg ein paar Rahmenbedingungen. Zur Zeit der Machtübernahme war die Gruppe der Juden in Deutschland relativ gering eigentlich, wenn man das in absoluten Zahlen sieht. Also knapp ein Prozent der Bevölkerung zählte man zum Judentum. Warum es trotzdem zu solchen riesigen Maßnahmen gegen diese relativ kleine Gruppe kam, lässt sich zum Teil aus der Tradition heraus erklären. Aber wirklich nur zum kleinen Teil. Den sogenannten Antisemitismus, also eine Feindschaft gegen Juden, die ist weit verwurzelt in der europäischen und vor allem in der deutschen Geschichte, ist schon Jahrhunderte alt. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber die Tendenzen gibt es schon länger. Der Unterschied jetzt in diesem Zeitraum, also ab 1933, ist, dass die Nationalsozialisten die latent vorhandene Judenfeindlichkeit hochstilisierten zu einer fanatischen Judenfeindschaft. Für Hitler und seine Anhänger waren die Juden. Wirklich die Wurzel allen Übels auf der Erde und der Erzfeind aller Menschen. Man erklärte ja die Juden zu einer Rasse, was ja an sich falsch ist. Das haben wir in dem Video zur Ideologie schon erklärt. Also man behandelte eine Gruppe von religiösen Menschen, also als Rasse, als sogenannte biologische Rasse, was ja an sich falsch ist. Aber man sagte, oder Hitler glaubte und die Nationalsozialisten glaubten, dass die Juden führend waren im Weltkommunismus und auch im Weltkapitalismus, also den beiden großen Feinden der Nationalsozialisten. So, die Nationalsozialisten begannen sofort nach der Machtübernahme, damit gegen ihren Erzfeind, also das internationale Judentum, vorzugehen. Sie taten das in verschiedenen Ausprägungen. Ich habe hier mal eine Übersicht gemacht. Und zwar kann man zunächst mal drei Phasen einteilen, zwischen 1933 und 1941. Und man sieht hier, das Ganze beruht auf gesetzlichen Maßnahmen. Es geht einmal darum, Juden aus der Wirtschaft auszuschließen in der Anfangszeit. Kurz darauf, ab 1935, werden schon politische Rechte eingeschränkt. Ich sage mal, Thema Nürnberger Gesetze. Das werde ich noch erklären nachher. Und letztlich dann ab 1938, über den Kriegsbeginn 1939 hinaus, eine komplette Diskriminierung, ein kompletter Ausschuss aus der Gesellschaft der Juden. Und letztlich als vierte Phase, die jetzt hier noch kommt, während des Krieges der Völkermord, der tatsächlich zum politischen Programm wurde. Diese vier Phasen werde ich euch jetzt im Kurzen erklären. Und zwar fangen wir an mit der ersten Phase. Die ersten zwei Jahre circa, wird auch bezeichnet als der friedliche Terror. Hier haben wir einen Wechsel zwischen Politik und Terror. Das heißt, man rief zum Beispiel gleich im ersten Monat, quasi am 1. April 1933, zu einem sogenannten Boykotttag auf. Kann man sich so vorstellen. Die Regierung rief dazu auf, nicht bei jüdischen Geschäften und Kaufleuten einzukaufen an diesem Tag. Die Bevölkerung nahm das relativ hin. Viele kauften trotzdem da ein, aber niemand protestierte auch gegen diesen Boykottaufruf an sich. Etwas drastischer wurde man eine Woche später mit dem sogenannten Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Wir werden jetzt in der Folge öfter solche Bezeichnungen für Gesetze finden, die ja an sich erstmal nicht schlimm klingen, die aber sehr diskriminierend waren. Man hat es halt gut verpackt, damit es nicht so auffällig ist. Und Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums heißt eigentlich nichts weiter, als dass man versuchte, Menschen mit jüdischer Herkunft aus dem Beamtenstaat ist, also aus hoheitlichen Aufgabenbereichen des Staates rauszudrängen. Darin enthalten ist der sogenannte Aria-Paragraf, der eben genau sowas beschrieb. Wer ist Aria, wer gehört dazu und wo darf der arbeiten und wo eben nicht mehr. So, das Ganze führte zu einer allmählichen Ausschaltung der Juden aus dem öffentlichen Leben. Und das Ganze, wie gesagt, auf gesetzlicher Grundlage. Es war also aus Sicht der Zeitgenossen legal, was da geschah. In der zweiten Phase, da fällt ja auch unter anderem die Olympiade in Berlin rein. Die war 1936. Da ist eine kleine Sonderstellung zu beachten, die ich gleich nochmal erwähnen werde. In der zweiten Phase ging es hauptsächlich um die Umsetzung der sogenannten Nürnberger Gesetze. Ihr seht, dass sie im September 1935 erlassen wurde. Sehr umfangreich. Ich nenne euch die zwei wichtigsten Bestandteile. Das ist zum einen das Reichsbürgergesetz. Auch das klingt ja wieder erstmal harmlos. Letztlich ist es aber so, dass in der dazugehörigen Durchführungsverordnung definiert wird, wer Jude ist. Man sprach ja von Volljuden, Halbjuden, Vierteljuden und machte das davon abhängig, was in der zweiten Generation davor an jüdischer Herkunft quasi in der Familie im Stammbaum vorhanden ist. Also wenn zum Beispiel von den beiden Eltern der Eltern, also Oma, Opa, die vier jeweils, zwei Omas, zwei Opas, wenn da einer jüdischer Herkunft war, dann war der jetzt Lebende dann quasi ein Viertel Jude. So kann man sich das vorstellen. Das wurde hier eben definiert. Und man sagte, wer also nicht zu den Ariern gehört oder wer also mindestens halb- oder Volljud ist, der ist kein Reichsbürger mehr, verliert damit die Staatsbürgerschaft und damit auch alle politischen Rechte. Das ist eine sehr drastische Maßnahme. Das zweite war das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Auch das klingt ja erstmal wieder zwar schon sehr seltsam für unsere Ohren, aber ein Mann noch nicht so schlimm. Geht aber letztlich darum, und das macht der Titel drunter etwas deutlicher, nämlich das sogenannte Blutschutzgesetz. Ja, da ist schon klar, wo das hinläuft. Man verbot jetzt zum Beispiel Misch-Ehen. Also es war einem Arier, einem sogenannten Arier, nicht mehr erlaubt, eine Jüdin zu heiraten. Und es gab noch ein paar ganz seltsame kleine Ergänzungen, zum Beispiel, dass deutsche Familien oder deutsche Männer vor allen Dingen keine jüdischen Putzfrauen anstellen durften, die jünger als 40 waren. Warum? Weil man Angst davor hatte, dass die sich dann fortpflanzen. Also da gibt es ganz seltsame Regelungen. Und man begann jetzt auch im Jahr 35, den Arier-Paragrafen, den ich vorhin 33 erwähnt hatte, in fast allen Berufsfeldern auch umzusetzen und anzuwenden. Und das führte dazu, dass Juden tatsächlich aus dem öffentlichen Dienst fast verschwunden waren. Das ist also schon eine deutliche Einschränkung der beruflichen Freiheit. Auch begann man damit, als Staat in der Wirtschaft direkt einzugreifen, durch Drohungen oder Erpressungen. Ihr kriegt nur noch Aufträge, wenn. Indem man quasi auch versuchte, über den öffentlichen Dienst hinaus aus der Wirtschaft Juden rauszudrängen, zumindest aus führenden Positionen. Die Idee war natürlich, man wollte die nicht-jüdischen Bürger quasi dazu bringen, besser Stellen zu bekommen. Das war die andere Seite der Geschichte. Erinnert euch daran, vorher gab es ja diese Zeit der großen Arbeitslosigkeit. Und Hitlers großes Ziel war ja, da wieder eine Vollbeschäftigung zu erreichen. Und ein Weg war eben, dass man Juden aus Wirtschaft und öffentlichen Dienst entfernt und somit Arbeitsplätze auch frei werden für die sogenannten eigenen Leute. Wenn man das zusammenfasst, die zweite Phase, kann man sagen, das ist der Versuch der endgültigen Ausschaltung der Juden aus allen Gesellschaftsbereichen. Und zwar, indem man staatliche Maßnahmen koordinierte, also verschiedene zusammenführte. Gut, bei der dritten Phase muss man sagen, und deswegen steht es auch hier schon als erster Punkt, war bis Oktober 1938 zumindest immer noch keine direkte physische Gewaltanwendung zu sehen in der Öffentlichkeit. Ja, das ist wichtig, denn das ändert sich danach. So, was waren die Ziele der dritten Phase? Dritte Phase hat er sich zum Ziel gesetzt, die Juden jetzt komplett auszuschalten aus dem Wirtschaftsleben in Deutschland. Und man wollte den Auswanderungsdruck erhöhen und dafür sorgen, dass möglichst viele Juden auswandern. Und damit sich die Anzahl der Juden vermindert in Deutschland. Bitte das mal zu beachten, denn diese Idee, Auswanderung zu erzwingen, bleibt so nicht bestehen. Das ändert sich sehr dramatisch in der Folgezeit. So, wie setzte man diese Ziele um? Man sagte zum Beispiel, alle Juden, die mehr als 5000 Reichsmark besitzen, ein Vermögen, müssen das anmelden. Man machte das schon mit dem Hintergedanken, Listen zu führen, um quasi genau zu wissen, wer wohnt wo mit welchem Vermögen. Auch das spielt gleich in späterer Stelle nochmal eine Rolle. Dann sprach man weitergehende Berufsverbote aus, also auch für Freiberufler, in dem Fall Ärzte und Rechtsanwälte. Man führte ein, dass jeder Jude im Pass ein J haben muss. Später auch die zweiten Vornamen quasi als Ergänzung im Pass Sarah für Mädchen und Frauen und Israel für Jungs und Männer. Und es gab die erste große Verhaftungswelle für Leute, die straffällig wurden. Das können tatsächlich Straftaten gewesen sein, war es aber häufig nicht so. Am Beispiel Arbeitsscheu ist es noch besser zu erklären, wie die Nationalsozialisten da eigentlich umgegangen sind und vorgegangen sind. Arbeitsscheu galt als jemand, der keine Arbeit mehr hatte und sei es nur, weil er sie verloren hat, da er als Jude nicht mehr arbeiten durfte. Dann hat er keine Arbeit mehr gehabt und wurde dann gleich als Arbeitsscheu eingestuft. Er hat ja nicht gearbeitet. Das ist die Logik der Nationalsozialisten, wie wir sie schon öfter kennengelernt haben. Gut, wie gesagt, bis dahin noch wirklich ohne direkte physische Gewalt. Es ändert sich jetzt ab November 1938. Da muss ich kurz was zu erzählen. Und zwar gab es die sogenannte Polenaktion in diesem Jahr. Das heißt, man beschloss, Juden in Deutschland mit polnischer Herkunft nach Polen wieder auszuweisen. Und die Polen machten aber die Grenze dicht nach einer kurzen Weile, sodass es ca. 8000 Juden gab, die quasi im Niemandsland zwischen der deutschen und polnischen Grenze leben mussten, da sehr spärlich kalt bei leben mussten und nur von jüdischen Hilfsorganisationen sporadisch unterstützt waren. Und da waren zum Beispiel, waren da die Eltern dabei von dem Herschel Grünspahn, das ist ein Jude, der in Paris lebte, dessen Eltern waren in diesem Niemandsland, in diesem Ghetto quasi gefangen. Und denen ging es sehr schlecht. Und der Grünspahn wollte darauf aufmerksam machen als Sohn und wusste sich nicht mehr anders zu helfen, als ein Attentat auszuführen auf einen deutschen Botschaftsangehörigen in Paris, nämlich den Ernst vom Rat. Und den hat er umgebracht am 7.11. Und das war letztlich der Anlass, auf den die Nazis gewartet hatten, um loszuschlagen. Erinnert euch, die hatten ja vorher Listen angelegt, also man wusste schon, wer wohnt, wo, wer besitzt was. Und es kam dann am Folgetag oder anderthalb Tage später zur sogenannten Pogromnacht oder auch von den Nazis etwas verharmlosen Kristallnacht genannt. Hier wurden zahlreiche Synagogen zerstört, jüdische Häuser niedergebrannt, Geschäfte niedergebrannt und ausgeplündert. Und zwar, und das ist wichtig, durch SSNSA-Angehörige, nicht durch die Bevölkerung. Die stand eigentlich dabei und hat zugeguckt, hat zwar nicht mitgemacht in der Regel, hat aber auch nicht versucht zu verhindern oder zu protestieren. Muss man wissen. Ja, entstanden ist ein Schaden von mehreren hundert Millionen Reichsmark. Es gab auch vereinzelt Tote. Das Perfide daran ist, man hat natürlich dann von Regierungsseite gesagt, ja, die Juden sind schuld, hier ist großer Schaden entstanden. Und deswegen müssen die Juden auch für den Schaden aufkommen. Man hat sogenannte Bußzahlungen auferlegt von insgesamt rund einer Milliarde Reichsmark, die die Juden zu zahlen hatten. In der Folge kam es auch zu einer weiteren Verhaftungswelle, 26.000 Juden ungefähr, die dort schon in Konzentrationslager verschleppt wurden. Das waren noch keine Vernichtungslager, da sage ich nachher noch was dazu. Also es war erstmal Verhaftung. Es kam darüber hinaus zu Enteignungen, Zwangsarisierungen. Das heißt, man hat Dinge Juden weggenommen und sie Arian gegeben. Zum Beispiel, das können Arbeitsplätze sein, das können aber auch Gegenstände sein. Auch Wohnungen, Häuser, Zwangsdeponierungen von Wertgegenständen, die man so quasi eingesammelt hat. Auch hat man Juden gezwungen, Schmuck, Gold, Kunstgegenstände zu verkaufen. Natürlich nicht zu einem marktüblichen Preis. Man hat erhöhte Steuern für Juden eingeführt. Man hat jüdische Organisationen verboten. Und man hat zum Beispiel auch jüdischen Kindern verboten, die nicht jüdischen öffentlichen Schulen zu besuchen. Und jetzt hatte ich schon gesagt, wenn man sich das anschaut, was da in der dritten Phase passiert, das war schon recht heftig. Und ich hatte vorhin gesagt, es gab 36 Olympischen Spiele. Und der Hitler war ja sehr darauf angewiesen, am Anfang seiner Zeit, dass das Ausland ihn da noch nicht ganz durchschaut, sagen wir mal so. Und deswegen während der Zeit der Olympischen Spiele, 36, dafür gesorgt, dass alle öffentlich sichtbaren Dinge, zum Beispiel Schilder, hier dürfen Juden nicht sitzen auf der Parkbank oder sowas, dass die entfernt wurden, damit die Weltöffentlichkeit das nicht so wahrnimmt, was da an Antisemitismus in Deutschland läuft. Und in dieser dritten Phase, in der wir jetzt sind, deswegen erwähne ich es jetzt mit den Olympischen Spielen, ist es so, dass das auch alles, was hier passiert, natürlich noch in der Öffentlichkeit passiert. Also die normale Bevölkerung, die nicht jüdische Bevölkerung hat das mitbekommen alles. Klar merkt man, dass jüdische Organisationen verboten werden. Man merkt auch, wenn die Kinder vom Nachbarn, die jüdischer Religion sind, plötzlich aus der Schule genommen werden. Sowas merkt man. Auch zur dritten Phase gehört noch, dass man, und das ist jetzt der Unterschied zu dem, was vorher in der zweiten Phase noch geschah, dass man jetzt sagte, ihr müsst auswandern, also ein Zwang zur Massenflucht. Oder auf der anderen Seite, und das deutet ja auch darauf hin, dass man quasi die Lebensumstände so verändert, dass die Leute auch auswandern wollen. Man spricht Ausgehverbote aus, man legt Sperrzonen an, man betreibt Judenhäuser, in denen die dann leben müssen. Man verbietet ihnen, Radioempfänger zu benutzen. Und seit Kriegsbeginn verordnet man in Zwangsarbeit. Ich meine, das passt natürlich in die Logik sehr gut rein. Sie waren ja eh zum großen Teil arbeitslos geworden. Und dann konnte man sie auch zur Zwangsarbeit zwingen, rekrutieren, vor allen Dingen natürlich in Rüstungsbetrieben. Und es kam zur ersten Deportation nach Ostpolen. Das ist insofern wichtig, weil in Ostpolen die großen KZs gerade angelegt waren. Es gibt nachher noch eine Übersichtskarte, wo man das gut erkennt. Und 1939, wer da jetzt aufgepasst hat, heißt ja, da ist jetzt Kriegsbeginn schon gewesen. Ab Mitte 1939, und das war ja zunächst mal Polen, was angegriffen wurde. Und hinter der Front in Polen konnte man dann diese Lage anlegen. Hat dann also auch vermehrt natürlich osteuropäische oder polnische Juden dorthin verbracht. Aber auch schon erste Deportationen aus Deutschland. Dann hatte man eine recht skurrile Idee. Man überlegte sich ja natürlich seit Langem, wie kann man denn die ganzen europäischen Juden loswerden. So nenne ich das jetzt mal. Und eine Überlegung war der sogenannte Madagaskar-Plan. Da hat man ernsthaft, zumindest kurzzeitig, darüber nachgedacht. Europäische Juden, der Zahl nach, damals geschätzt 5,5 Millionen. Davon ging man bei diesen Schätzungen aus. Dass man die quasi per Schiff nach Madagaskar bringt. Das ist ja eine riesen Insel östlich von Afrika. Und man hat also vor, quasi sie zwangsumzusiedeln. Hat dann aber relativ schnell gemerkt, es scheitert an zwei Dingen. Erstens hatte man zu dem Zeitpunkt keine Hoheit über die Weltmeere. Das hatten die Engländer immer noch zu der Zeit. Die waren not amused über diese Idee. Und man konnte sie auch nicht dazu zwingen, logischerweise. Und dann hat man auch sich überlegt, Mensch, wie viele Schiffe brauche ich eigentlich dafür, um so eine riesen Menschenmenge über die Weltmeere zu schippern. Und hatte diese Pläne dann relativ schnell wieder fallen lassen. Dann eingeführt wurde auch 1941. Für manche ist es erstaunlich spät. Die denken, das war schon früher. So 1941 erst hat man den Judenstern eingeführt, den man öffentlich tragen musste. Am Revers, also an der Jacke, offen. Und jetzt ab Oktober, Ende Oktober 1941, eine Kehrtwende. Man verbot Juden jetzt auszuwandern. Nachdem man zwei Jahre vorher noch sie zwingen wollte, hatte man jetzt andere Pläne. Und man weiß also, dass zu dem Zeitpunkt man schon eher darüber sich einig war, dass man die Juden doch umbringen wollte. Und es ist ganz interessant, man hat bis heute keinen schriftlichen Führerbefehl gefunden, der also besagt, dass man sie umbringen soll. Es gibt aber natürlich andere Dinge, auf die ich gleich noch eingehen werde. Ja, zur dritten Phase lässt sich sagen, es ist gelungen, die Juden total aus der Gesellschaft auszuschließen und auch schon erste Freiheitsberaubungen vorzunehmen. Also alles, was heißt, ich mache Zwangsarbeit oder ich siedle um oder ich verbringe in Konzentrationslager, also in großen Gefängnisanstalten, ist natürlich Freiheitsberaubung. Gut, kommen wir zur vierten Phase, der sogenannten Endlösung der Judenfrage. Und hier so, es gibt ein Schreiben, was bekannt ist, ein Befehl quasi von Göring an Heidrich, wo ganz genau beauftragt wird, dass der Heidrich eben sich überlegen soll, wie man die ganzen Juden umbringen soll, wie man das hinkriegt, technisch gesehen. Und das kam circa ein halbes Jahr später zur sogenannten Wannsee-Konferenz, das ist bei Berlin. Diese Wannsee-Konferenz gilt offiziell als Ausgangspunkt dieser Ausrottungspolitik. Ich sagte ja eben, es gibt keinen offiziellen Führerbefehl schriftlich. Man hat aber Protokolle von der Wannsee-Konferenz gefunden. Und hier sind die führenden Nazis, die sich eben darüber ausgetauscht haben, über zum Beispiel die Logistik. Wenn man das so nüchtern sagen will, die Logistik der Endlösung, also sprich, wie kann man möglichst effizient, schnell, fabrikmäßig Millionen von Menschen töten. Man hat auch geplant, die sogenannte Säuberung von West nach Ost. Das heißt, von Deutschland aus oder auch von den mittlerweile eroberten Ländern, Frankreich beispielsweise, nach Osten, nach Polen, nach Russland, in die Richtung circa 11 Millionen Juden mittlerweile, weil man jetzt ja ein größeres Gebiet besetzt hatte. Da quasi die Gebiete vom West nach Ost zu säubern, so genannt, zu säubern, also die Juden dort hin zu deportieren nach Polen. Also auch da hat man festgekriegt, wie macht man sowas, was braucht man alles dafür. Und man legt da auch fest, dass man die Juden erstmal, sofern sie denn so genannt, arbeitsfähig war, zum Arbeitseinsatz zwingt. Und hat damit auch schon gesagt, naja, da werden viele allein wegen der harten Arbeitsbedingungen, der langen Arbeitszeiten und der schlechten Versorgung, die man da geplant hatte, werden allein schon in der Arbeit zugrunde gehen und sterben. Und die restlichen wollte man umbringen. Man geht davon aus, dass circa 6 Millionen europäische Juden ermordet wurden und circa zwei Drittel, so genau weiß man es nicht, aber circa zwei Drittel, davon auch tatsächlich in KZs umgebracht wurden. Zunächst war es nicht so, dass man gleich diese Gaskammern angelegt hatte. Es kam vorher zu Massenerschießungen und man setzte auch sogenannte Gaswagen ein. Am Schluss der Präsentation habe ich einen Link reingesetzt zu einem Film, der heißt Ambulanz, wo man sich genau das mal angucken kann. Ich sage jetzt schon, der ist nicht sehr leicht verträglich, der Film. Also wer da sehr sensibel ist, der wird ziemlich mitleiden, wenn er den Film schaut. Gut, also so setzte man das um in der vierten Phase und nochmal als Wiederholung, als Betonung, ich habe das vorhin schon angedeutet, diese ersten drei Phasen bis 41 spielten sich in aller Öffentlichkeit. Aber das Argument vieler Hinterbliebener zu sagen, wir haben das nicht gewusst, wir haben es gar nicht so mitgekriegt, ist wirklich in Frage zu stellen. Die Frage ist, haben sie alles mitbekommen? Was haben sie mitbekommen? Dass sie mitbekommen haben, dass Juden hier sehr ausgeschlossen werden, wenn nicht sogar umgebracht werden, das kann eigentlich niemand übersehen haben. Und erst diese systematische Vernichtung, also diese Endlösung, die geschah eigentlich unter einer versuchten Tarnung. Man sprach dann nur von Evakuierung beispielsweise oder eben von dieser Endlösung. Man sprach nicht davon, wir bringen jetzt Millionen von Menschen um. Ob es deswegen wirklich unter Ausschuss der Öffentlichkeit geschah, ist wirklich sehr zu bezweifeln. Denn wenn man sich überlegt, die KZs waren alle in der Nähe von großen Städten. Man sah zigweise Züge reinfahren oder Lastwagen reinfahren, die leer wieder rauskamen. Also da muss man schon sehr blind gewesen sein, das nicht mitzukriegen, ganz abgesehen von anderen Sachen, die man beobachten konnte. Die Märsche zu den Arbeitslagern oder auch vielleicht andere Dinge wie Geruch von den Gaskammern, was auch immer. Also da kann man sagen, das müssen die Leute eigentlich mitbekommen haben. Gut, hier ist die angesprochene Karte mal eine mögliche Übersicht. Sie haben insgesamt ca. 1000 Konzentrationslager. Man sieht auf dieser Karte schon, die kleinen gelben Punkte waren eher Sammellager zum Beispiel oder Restlager. Und die großen Lager sind ja deutlich weniger. Und die Vernichtungslager unter diesen, die sieht man auf der Karte besser. Das sind die mit dem Sternchen, mit dem weißen Sternchen in der Mitte. Die sind alle im Osten. Hier waren die großen, hier sind die großen Vernichtungen geschehen. Ja, vielleicht regionaler Bezug. In Osthofen bei Worms gab es auch eins dieser kleinen Lager. Gut, soweit zu diesem Thema. Ich habe hier noch die Links zu interessanten Filmen. Einen habe ich eben schon genannt, der Filmambulanz. Und der zweite ist der Gelbe Stern, relativ bekannter Dokumentationsfilm über die ganze Judenpolitik und Judenverfolgung in der Zeit der Nationalsozialisten. So, das soll es für dieses Thema gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.